Boah, ohlala. Pokémon. Es ist wie ein Pokémon, du kennst. Was ist ein Chicken? Nein. Nein, das ist schön. Ah, der Todesass. Der versteht mein Liebes. Zwischenraum. Ah, Sunshine. Schönwetterfußballer. Julian Brandt. Wo käme ich? Das haben keine mit Ihnen. Halbraum. Schiff. Segelboot. Windpark. Nein. Jetzt habe ich mich selber rausgebracht. Was ist ein Chicken? Nein. Satellite. Elektron. Solarenergieplatten. Hund. Space. Schiff. Was hast du gesagt? Elektron? Nein. Fliege, fliege, fliege. Pressing? Nein. Es ist wie ein Pokémon, du kennst. Und er sieht wirklich das gleiche. Atom? Nein. Das ist die Drohne? Ja. Ja! Hey, gar nicht schlecht. Ah, Drohne. Drohne, Drohne. Wow. Das ist schön, oder? Ja, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Was ist das? Drohne. Ah. Ja, das ist das. Ja, das hätte man nicht schlecht getan. Das ist das. Ja, das wisst ihr? Calcule mal die kleine Greta. Foot! Simulation! Er ist dead. Retournée acrobatique. Ja. Biciclette. Ja, sehr. Retournée acrobatique. Ja. Biciclette, es ist das nicht so, wie wir hier machen. Ich habe mich nicht Sportschenswert. Hi, Leute. Ja, das ist das alles klar. Das ist ja. Ähm, eine Box. Jungs. Wir verlieren viele Flappen im Rutschen. EC-Karte. Torbandschuss oder Torband. Ähm, rote Karte. Ja. Abseits. Platzverweis, wie willst du das zeichnen? Ja. Rote Karte. Ja, also. Pass. Nee, nee, war Platzverweis, rote Karte. Aber hast du gesehen, Bruder? Ja, war stark. Der versteht mein Dings. Der versteht mein... Ich war immer noch bei. Oder ich war bei Mastercard gerade von wegen der EC. Ja, na, ist er. Schon besser. Äh, Torwart? Du bist auf den Rad gekommen. Tor. Latte. Hand. Schuh. Handspiel. Handspiel. Äh. Ihr seid schon fast da. Handelfmeter. Latte. Der hier? Torwart. Ja, und dann? Parade. Torwart. Und dann das hier. Torwarthandschuhe. Ja. Torhandschuhe. Ja. Torwarthandschuhe. Richtig. Handball. Torwarthandschuhe. Ja. Tiki, klasse. Ja, das geht nicht ums Zeichen, sondern um die richtige Idee. Wenn man direkt am Anfang die richtige Idee hat, dann ist es relativ einfach. Tag. Geht ja, da geht mit dem her. Ja, da geht mit dem anderen Job. Ja, da geht mit dem anderen Job. Entfernen, da geht mit dem anderen Job. Und dann geht mit dem anderen Job. Seid mal. Das ist ja, da geht es mir.